...ins Vorderloga reinschauen und beim Autoreparieren zuschauen oder beim Wischensteigen oder was kaufen. Ich hab's halt letztes Jahr vor der Pause, letztes Jahr vor der Pause. Einige, die Gasse ist genug. So, die 44 von der 83. Weiß nicht mehr Gästeil. Vossau, aber gar nicht mehr. Oh, und die 249 ist auch wieder mit von der Partie. Schubis Pervetarius und seine Opel Tigre. 44, 83, die ersten zwei. Und die Fuhren durchs Ausstieg. So schnell geht's. Hängt dich auf Aufbruch. Reifen in den Rüstern. Samhalla. Ja, nö, das ist jetzt auf Platz 8. Oh, dann ist es ja. Oh, dann ist es ja. Ja, nö, das ist 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 ja. Richtsvolle, auf Platzschuss. Ja, nö, das ist ja. Nö, das ist ja. Ja, nö, das ist ja. Samhalla, Gabriel. Vor der 102, 102. Mäu-hunter 3, 95. 990 Samhammer Gabriel Projekt 2, Fuchsberger, Janik Na Leute, Gabriel, wir wollen ein bisschen schneller fahren Aber da ist auch schon Jetzt auch schon rechts vorher Am Platzschuss Eieee Einige Hauptgrenze Leichtbeamten Nilsang Ja, da geht natürlich nichts mehr Den Tag über Schubisch bei Alcarius Auch noch Mit von der Party Tschüss So, wieder runter So, wieder runter Ja, ich stehe nicht schon ganz schön runter 44.000 Rennen 409.000 Rennen Da oben haben wir Anzug 209.000 Rennen 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 83 auf die letzte Runde So, jetzt kommt die 83 und gewinnt ihr diesen ersten Lauf der Einsteigergasse. 83, jawohl, Laufsieg! Echteregasse, 20. Susanne Altilla, jetzt noch auf der heutigen Verstattung. Vorgehen wir allein bei Sabine mit dem blauen Auto, das ist das hier. Das ist eine Frage, die ausschaut, um Gottes Willen mit dem Fall vom Alt. Aber hier steht ja verkehrt da. Sabine steht ja verkehrt da. 3.95, 2.90, 4.40, 4.01. So, jetzt schauen wir mal, wer da ist jetzt. Und jetzt reinkommt, wo es kommt jetzt. Aumbach, Lüsterach! Team 249, Schumos Quaretarius, auf Platz 2. Team 249, Schumos Quaretrii. Micha, Micha, Micha! Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020